Ich lerne Deutsch. Nummer 13.684 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier ist das Herz meiner Stadt. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Was kann ich tun, wenn ich einen Notfall im Krankenhaus beobachte? Was kann ich tun, wenn ich einen Notfall im Krankenhaus beobachte? Was kann ich tun, wenn ich einen Notfall im Krankenhaus beobachte? Die Forschung ist primär auf die Entwicklung neuer Medikamente ausgerichtet. Die Forschung ist primär auf die Entwicklung neuer Medikamente ausgerichtet. Betont, dass die Hauptausrichtung der Forschung die Entwicklung neuer Medikamente ist. Ich habe meine Zähne professionell bleichen lassen. Sehen Sie besser aus als vorher? Das kann ich dir nicht beantworten. Ohne Brille kann ich die kleine Schrift nicht lesen. Ohne Brille kann ich die kleine Schrift nicht lesen. Ohne Brille kann ich die kleine Schrift nicht lesen. Du kannst Wassermelonen so essen wie sie sind oder ein leckeres Getränk daraus machen. Du kannst Wassermelonen so essen wie sie sind oder ein leckeres Getränk daraus machen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein wenig. Und gib uns die Schrift nicht. Und gib uns die Schrift nicht. Und gib uns die Schrift nicht. Vielen Dank.